Und es ist jetzt ein Ergebnis, über das wir uns natürlich alle zusammen riesig freuen. Das haben Sie gemerkt. Als allererstes muss ich mich bedanken bei all den Dingen, die mitgeholfen haben, diesen riesigen, beherzten Wahlkampf hinzulegen. Das haben wir super gemacht, alle zu können. Wir haben alle Genossen vor Ort, die gezeigt haben, was es heißt und was man erreichen kann, wenn man zusammensteht. Und daran glaubt, gegen alles, was erzählt wurde in den letzten Tagen, haben wir nie gezweifelt, dass Fairness, Sicherheitsorientierung und letztendlich auch Verlässlichkeit in dieser Stadt gefragt ist und gewinnt. Wir haben immer gesagt, es geht um die Menschen in dieser Stadt. Es geht um Dortmund. Es geht um die Zukunft dieser Stadt. Und nicht um Parteien und ihre Kalküle und ihre Überlegungen, mit welchen Schachzügen sie was gewinnen können. Das haben die Menschen schon lange satt. Und heute ist das Signal auch von Dortmund ausgegangen. Die Menschen, die sagen, was sie wollen und im Wahlkampf dazu stehen, die gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.